Die Vogelspinne, die ich euch heute zeige, ist einer der giftigsten Vogelspinnen der ganzen Welt. Wenn sie dich beißt, musst du sofort ins Krankenhaus, damit Ärzte deinen Zustand überprüfen. Für diese Spinne brauchst du sogar in den meisten Bundesländern eine Genehmigung. Ja Leute, das was ich jetzt mache, solltet ihr unbedingt nicht zu Hause nachmachen. Aber bevor wir zur giftigsten Spinnung kommen, reden wir erstmal über das Thema Gift. Das sind eure Fragen dazu und die werde ich jetzt beantworten. Ja Leute, und wenn ihr nicht so wie der Typ hier enden wollt, dann lasst unbedingt einen Kommentar da, ein Like und aktiviert die Glocke. Es lohnt sich auf jeden Fall zu kommentieren, denn ihr habt die Chance auf einen Shoutout im nächsten Video sowie dieser Kommentar hier. Und jetzt ab zum Video. Yo Koda, welche Wirkung hat das Gift eigentlich auf Beute und Menschen? Ihr habt das bestimmt schon mal in meinen Fütterungen gesehen, wenn eine Spinne das Tier packt. Also da läuft folgender Prozess ab. Die Spinne beißt die Beute und sondert ein Gift, das durch Drüsen kommt, durch die Celliserien, durch eine kleine Öffnung, in die Beute. Das Gift der Spinne wirkt jeweils unterschiedlich auf Insekten und auf Menschen. Also auf Insekten wirkt es so, dass die Beute von innen verflüssigt wird, sodass die Spinne dann eigentlich die Beute aufsaugen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie das Gift bei uns Menschen wirkt. Es ist sehr ähnlich. Das Gift dringt in unser zentrales Nervensystem ein, also auch in die Muskel. Es zersetzt teilweise die Stelle, die vergiftet wurde, sodass das Gift noch besser verbreitet wird. Und bei Menschen sorgt es dann einfach für Krämpfe, Lähmungserscheinungen und natürlich auch Schmerzen. Es ist ganz besonders bei der Spinne, die wir gleich zeigen werden, denn bei dieser Spinne sind die Symptome richtig heftig. Ich habe jemand, der schon mal von dieser Spinne gebissen wurde und ich habe jetzt hier eine Live-Sprachmemo, die ich abspiele, um euch zu zeigen, wie schlimm der Biss ist. Moin, kurze Erklärung zu meinem Pericalis-Biss. Nachdem ich gebissen worden bin, haben die ersten 30 Minuten angefangen, der Finger und die Hand anzuschwellen. Gleichzeitig verspürte ich so ein leichtes Kribbeln und Taubheitsgefühl. Und das Ganze hat sich innerhalb von den nächsten zwei bis fünf Stunden dramatisiert und in dem Folge dann Taubheitsgefühl am ganzen Arm, Muskelkrämpfen und Taubheit und Bewegungseinschränkungen am ganzen Arm. Das Ganze hat dann circa zwei bis drei Tage angehalten und dann hat es leicht abgeklimmt und hat dann nur noch so Muskelkrämpfen, die so bis zwei Wochen angehalten haben. Das war halt nicht durchgehend, aber es waren so impulsive Muskelkrämpfen. Es war eine schmerzhafte Erfahrung und das bräuchte ich nicht nochmal. Ja, okay Leute, wir haben jetzt genug geredet. Jetzt zeige ich euch die Spinne, die verbotene Spinne und es geht los. So Leute, das ist die Spinne, die ich euch heute umsetze. So organisiert habe, das ist die Purcellotheria Regalis, eines der giftigsten Vogelspinnen im Hobby. Schauen Sie sich die wunderschöne Karosserie an, die eleganten, schlanken Achtbeine, die das Perfekte, die den perfekten Fahrtspaß bieten. Der Körperbau ist aerodynamisch, sodass eine maximale Geschwindigkeit von 300 Millionen Kilometer in einer Stunde erreicht werden kann. So, Spaß beiseite Leute. Bei dieser Spinne handelt es sich um eine baumbewohnende Vogelspinne. Sie lebt, wie der Name schon sagt, in Bäumen. Sie lebt auch gerne in einer Höhle, wie man hier sieht, also eine Korkröhre. Sie lebt in Korkröhren und kämmt dann dort diese Röhre ab, um dann irgendwann wie ein Assassine die Beute zu schnappen. Diese wundervolle Vogelspinne kommt aus Indien und wird auch Tigervogelspinne genannt. Ihr Fachname lautet Purcellotheria Regalis. Und wie man sieht, hat sie acht Beine, also ist sie eine Spinne. Spaß. Das ist womöglich die bekannteste Spinne in Indien, also dort kennt sie wirklich jeder, denn wie gesagt ist diese Spinne nicht ganz unschuldig, was ihr Gift angeht. Sie hat schon ein stark potentes Gift, deshalb muss man schon aufpassen, wenn man mit dieser Spinne hantiert. Ja Leute, das was ich jetzt mache, solltet ihr unbedingt nicht zu Hause nachmachen. Ich mache das jetzt wirklich aus Forschungszwecke, um euch auch zu zeigen, dass die giftigen Spinnen nicht so gefährlich sind, wenn man den Umgang mit diesen Tieren auch kennt. Im Anschluss gibt es dann auch eine schöne Fütterung, also der liebe Oskar hier, der wird die Spinne einmal füttern und danach will ich euch nie wiedersehen. Du bist so gemein, ich muss weinen. Ich nehme die Spinne jetzt, dazu packe ich hier einfach meine Hand hin und führe die Spinne langsam auf meine Hand, dass sie denkt, dass sie dort einfach weiterlaufen kann. Und im Prinzip seht ihr, dass auch so eine Spinne, wenn man den richtigen Umgang mit ihr hat, nicht wirklich bedrohlich ist für den Menschen. Ist halt ein wunderschönes Tier. Ich will euch einmal das Gelbe von unten zeigen, weil das ist wirklich schön. Wenn ich hier mit der Spinne hantiere, könnt ihr mir ja sagen, wie ihr die Spinne findet, also von 1 bis 10 und was ihr machen würdet, wenn ihr diese Spinne auf einmal bei euch zu Hause seht. Soviel zur Theorie, Leute. Jetzt kommen wir zur Praxis. Das Highlight des Videos. Jetzt sehen wir die Giftszähne in Aktion. Dazu haben wir Oskar jetzt hier und er wird die Spinne auf meine Hand füttern, Leute. Spaß. Ich traue mich nicht. Also ich traue mich wirklich nicht. Das wäre auch nicht cool. Das wäre einfach fahrlässig. Sollte man nicht machen. Das ist schon zu viel, dass ich die überhaupt auf die Hand genommen habe. Deshalb bitte ich jetzt Oskar, die Spinne zu füttern. Also hier haben wir das Fütter. Jetzt sehen wir es. Ich halte mal hier kurz ein bisschen fest. Aber die sah eigentlich so aus, als ob die nehmen würde. Aber jetzt geht die Spinne wieder in ihre Röhle. So. Na, die hat kein Bock. Junge, was? Oh mein Gott. Ja, wenn die nicht isst, musst du mal anders. Oh, na. Hast du das gerade gemacht? Er hat einfach die Heuschrecke gegessen. Und er meinte, er meinte so, wenn die nicht isst, dann muss ich mal jemand anderes ja... Junge, ich sag's euch. Das, was sie hier machen, ne? Ich bin mal raus, Alter, mit der Scheiße. Ja, Leute, so ist das ab und zu. Also die Spinne hatte einfach keinen Hunger. Und ich hab jetzt keinen Bock, jetzt einen Monat zu warten. Weil das kann wirklich bis zu einem Monat warten. Oder wollt ihr warten? Nein, 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 nein. Habt ihr Bock? Ich hab keinen Bock. Deshalb hab ich jetzt eine Alternativlösung. Und wir füttern einfach eine andere Spinne. Also auch eine Pustiloteria-Art. Eine Tigrina-Veseli. Und die hat bestimmt Hunger. Wenn nicht, dann werde ich sie essen. Ja, der liebe Oskar bereitet ihr alles vor. Denn ich bin ein fauler Mensch. Und ich hab keinen Bock, hier irgendwas zu machen. Okay. Also, was ihr auch ganz gut erkennen könnt, ist, dass die Spinne jetzt hier im Ruhemodus ist. Dazu strecken Baumvogelspinnen sich lang aus. Und sind dann auch gut getarnt auf jeweils den Oberflächen. So, ich finde von hier eine andere Perspektive. Und ich bin jetzt gespannt, wie die Spinne ist. Oskar, let's go. Ja, Leute, wie ihr seht, ab und zu kommt es einfach vor, dass eine Spinne nicht essen will. Deshalb füttern wir jetzt einfach eine andere Spinne, um euch zu zeigen, wie das Gift funktioniert. So, Leute, hier habe ich eine wunderbare Karibäner Versicolor. Und die wird hoffentlich jetzt essen. Ich packe sie in den Netz. Und dann wird Oskar einmal die Fütterung durchführen. Da habt ihr es gesehen. Die Giftshähne dringen jetzt in die Beute ein. Und das Spinnengift ist halt so stark, dass sie sogar so riesige Beute erlegen kann. Also man sieht, das Ding ist auf jeden Fall länger als die Spinne. Aber in wenigen Sekunden ist das Ganze dann auch vorbei. Und wie gesagt, dringt das Gift gerade in das zentrale Nervensystem des Grashüpfers ein. Dadurch wird der Grashüpfer von innen zersetzt. Dadurch verbreitet sich das Gift dann auch nochmal ein bisschen besser. Und das Tier stirbt. Prima, Ring. So, Leute, ihr wurdet heute über einiges aufgeklärt. Ihr habt gesehen, wie die giftigste Vogelspinne hier auf meiner Hand geklettert ist. Ihr habt gesehen, wie eine Spinne gegessen hat. Also das Gift live in Aktion gesehen. Was natürlich auch sehr, sehr cool ist. Ihr habt gesehen, wie das magnetisch an meinen Haaren kleben bleibt, das Mikro. So sieht man das. Das ist eigentlich echt praktisch. Kommentiert mal, ob ihr das gut findet. Also ob ich jetzt jedes Video ab jetzt so aufnehmen soll. Auf jeden Fall müsst ihr mir noch sagen, was ihr noch sehen wollt. Denn das, was ihr sehen wollt, verwandeln wir in ein wunderbares YouTube-Video für euch. Wir geben uns wirklich ganz viel Mühe damit. Deshalb wäre es cool, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und ich bin nochmal sehr stolz drauf, dass sehr viele von euch die Glocke aktiviert haben. Liked das Video. Teilt es mit Leuten, die unbedingt dieses Fachwissen aufbrauchen. Prallt damit. Und ansonsten, ciao Leute. Wir sehen uns. Und danke, Oskar, für deine... Übergerne. Löscht YouTube. Bye. Ja, was geht ab, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn du Angst vor Spinnen hast, kann ich dir helfen. Und zwar kannst du dich zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir eintragen. Dann reden wir kurz über deine Angst. Und dann kann ich vielleicht gucken, ob ich dir helfen kann. Der Link dazu ist in der Bio. Und ihr könnt euch ab jetzt eintragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.